jetzt gilt es kommt die wende nach oben oder ist das ende des bullenmarks schon besiegelt naja so schnell geht das alles noch nicht noch ist ja nichts schlimmes passiert auch wenn das natürlich gerne dramatisch wahrgenommen wird wenn man da mal auf der long seite ganz oben eingestiegen wird ist und dann der kurs so nach unten gedrückt wird da hat man dann keinen besonders guten eindruck jetzt allerdings gilt es dann tatsächlich ob die aufwärtsbewegung tatsächlich wieder impulsiv also stark also ohne große zwischenpausen läuft oder ob das ganze dann doch eher ein schuss ist der nach hinten losgeht nämlich wenn der markt nur korrektiv nach oben geht das wollen wir uns mal gemeinsam angucken wie müsste das aussehen fangen wir mal an um 16 46 ihr seht das hier oben um da oben wird das eingeblendet beim s&p 500 future fangen wir damit mal an die starke abwärtsbewegung hier im tageschart beziehungsweise hier noch mal so ein bisschen intraday zu sehen und jetzt die gute nachricht es kommt doch schon wieder hoch aber ich habe es eben gesagt jetzt gilt es das was wir bisher haben ich mache das mal groß hat bis zu dem aktuellen zeitpunkt noch nicht eine klare entscheidung gefällt ob das doch nur wieder eine korrektur ist und der markt weiter nach unten geht oder ob der markt jetzt sagt ja und dann noch eine pause und ja und diese pausen eben nicht überschneiden sind ihr seht beide szenarien sind absolut denkbar ich weiß dass sich jetzt viele wünschen und sagen ja du als profi du bist berufshändler das musst du doch jetzt sagen was von den beiden sachen passiert das weiß ich genauso wenig wie ihr ich habe keine ahnung welches dieser beiden szenarien hier kommen wird aber was ich sicher weiß ist dass wenn die bewegung vorläufig noch weiter nach oben geht und korrekturen vielleicht in ähnlicher größe stattfinden die aber voneinander getrennt sind das heißt da ist ein abstand dazwischen das sind typische bullische zeichen dann wäre ich guten mutes und würde natürlich korrekturen nach oben kaufen wir haben ganz häufig drüber gesprochen also erstmal korrektur der bewegung hoch dann korrektiv muster und die erwartungshaltung dass das was vorne ist hier hinten zumindest noch mal passiert das kann auch länger werden also es ist nicht ausgeschlossen dass der kurs auch schick aber machen wir es richtig dass der kurs so weiter läuft anschließend wieder eine korrektur hat man wieder alles die schwache richtung also die aufwärtsrichtung dieses szenario ist absolut denkbar das wird aber jetzt hier mehr oder weniger entschieden wird der kurs in den nächsten stunden weiter laufen sieht das zumindest für den s&p die anderen gucken uns gleich noch mal an aber für den s&p erstmal deutliche entlastung entlastung bringen das heißt die marktteilnehmer zeigen dann ja ja jetzt stellt euch nicht blöd an so doof war es ja gar nicht sieht ja schon fast wieder dreiwellig aus ein bisschen die frage aber dadurch dass das in der mitte genau diese pause war hat das schon einen sehr dreiwelligen charakter an der stelle dann müsste der kurs bald aber drehen hier an der stelle wenn es wirklich die abwärtsseite sein sollte ansonsten wenn er weiter läuft je weiter er sich hier noch entfernt und kleinere korrekturen oder ähnlich große korrekturen die idealerweise überlappungsfrei überschneidungsfrei überlappung bestehen viele nicht so richtig was meint er mit überlappung naja wenn diese rücksetzer wie groß oder wie der da auch immer hier aussieht in dem ding sollte sich nicht überschneiden sollte nicht überlappen mit dieser korrektur das wäre ein gutes zeichen wenn das der fall wäre das heißt zu diesem exakten zeitpunkt haben wir noch keine idee was der markt als nächstes macht wir wissen aber jetzt gilt es und jetzt wissen wir daraus können wir ableiten wie wir als nächstes unterwegs sein wollen jetzt in diesem moment keine aktion zumindest mal für mich es sei denn wir kriegen hier eine wendekerze zum beispiel im viertelstunden chart haben wir jetzt keine vielleicht im stunden chart mal mal gucken ob wir da eine haben so mittendrin dass da eine wendekerze ist haben wir auch aktuell nicht also insofern da fehlt es noch aber es kann sein dass vielleicht in der nächsten viertelstunde da was passiert das könnt ihr ja mal so ein bisschen im blick haben aber weitere anstiege korrektive verhaltensmuster nach unten sind vorläufig käufe und wenn das sogar ähnlich groß ist von der von der ausprägung und anschließend die fünfte welle hoch kommt also im sinne von 1 2 3 4 5 überschneidungsfrei wie wir es besprochen haben und anschließend wieder eine größere korrektur aber wieder korrektiv dann sind das alles anzeichen leute die welt ist so schön alles wieder auf kauf zack einstiege hier einstiege hier so ähnlich wie wir das hier oder an vielen anderen stellen ja auch immer wieder besprochen haben so aber das was ich jetzt hier gezeichnet habe ist noch nicht sicher das entscheiden die marktteilnehmer das entscheidet ja nicht ich das wäre noch was dann würdet ihr hier alle anrufen und sagen Mensch Rüdiger könntest du denn mal ja das weiß natürlich ich nicht und ich kann es auch nicht entscheiden die marktteilnehmer entscheiden das und das wird hier entschieden wenn jetzt anders als eben gezeichnet der markt jetzt bald dreht das muss jetzt nicht exakt hier sein kann ein bisschen höher noch gehen aber so in der nähe dieser ungefähr 1 zu 1 kiste wenn er da dreht hier also ein wendeanzeiger macht das ist ja nochmal ein wendeanzeiger wendeanzeiger es könnte so was wie ein evening star sein einige kennen das das ist so ein verhaltensmuster aus drei kerzen noch einfacher ist ein shooting star das ist so ein kleiner körper langer tail auf der oberseite das ist so eine wendeanzeige nicht so groß wie es hier gezeichnet habe natürlich schon in dem original größen so wie wir es hier haben dann wäre die unterseite ein möglicher trigger der stop da oben drüber ein möglicher einstieg ein anderer den ich ebenfalls immer wieder gerne handel ist dann diese marke das heißt wenn wir das zwischentief hier durchstoßen mit der hoffnungsvollen erwartung dass wir da noch ein gutes stück weiter gehen und eben diese rückwärtige bewegung noch weiter auf ausbauen also ihr seht das ist jetzt an einer interessanten situation der chart sagt uns aktuell nicht welche richtung passiert wir können aber relativ schnell rauslesen natürlich auch wir müssen auch nicht zwingend warten bis er hier unten ist wenn die bewegung sehr schnell hier runter kommt eben nicht korrektiv korrektiv war so irgendwie was oder dreiwellig sondern irgendwie so und dann korrektiv nach oben geht welche richtung naja die starke richtung wäre wieder abwärts die schwache aufwärts und dann wäre es weiter die fortsetzung nach unten also jetzt gilt es tatsächlich die s&p marktteilnehmer haben gute voraussetzungen für die long seite geschaffen das was bisher da es ist gut da jetzt heißt es aber weiter pushen jetzt idealerweise dranbleiben am ball damit der markt sich da noch entfernt und dann eben vielleicht später wieder eine korrektur macht und so ein verhaltensmuster darf dann auch wieder eine eine nummer größer korrektur haben solange sie schön korrektiv ist also dreiwellig ist gerne korrektiv oder von mir aus auch irgendwie so zappelig hin und her das sind alles ganz gute indizien dafür dann wären das alles hier wiederum da wiederum einstiege für die long seite und hey neue allzeithochs können kommen also die sind noch längst nicht vom tisch es ist absolut realistisch dass wir weiter nach oben durch pushen aber dafür sollten wir jetzt kein schwächeranfall kriegen sondern idealerweise möglichst stark unterwegs sein und jetzt um himmelswillen nicht auf einmal den mut verlieren und doch wieder schnell auf der abwärts seite unterwegs sein das ganze wäre natürlich klasse wenn es von den anderen indizes getragen wird gucken wir mal was der nasdaq angeht die sind ja häufig sehr ähnlich nasdaq ist tatsächlich ebenfalls relativ stark hier vorne war es noch nicht so deutlich aber das ist ganz klar korrektiv da müssen wir glaube ich nicht drüber diskutieren so in die mitte wieder rein und dann wieder die fortsetzung nach oben ihr seht das ist so mehr oder weniger das gleiche idealerweise nicht mehr überschneiden mit dem zwischenhochs hier vom 3. april 0 uhr also hier in der nacht und wenn er vorher noch ein bisschen weiter klettert und dann eine ähnlich große korrektur macht sind alles gut also das sind alles so szenarien die eher auf der bullischen seite sind also möglicherweise die bullen gehen in die nächste runde wer hier das gesehen hat und da schon long gegangen ist alles gut allerdings rechnet damit dass der markt hier dreht sprich zieht ein stop hinterher wenn der kurs wirklich weiter läuft stört euch das ja nicht dass er nachgezogen hat und wenn der kurs jetzt wirklich dreht stört es euch ja auch nicht weil dann seid ihr mit plus minus null raus und sagt naja war jetzt nicht so gelungen aber hat ja auch nichts gekostet an der stelle also insofern ist das eigentlich eine sehr komfortable situation hier unten gewesen und jetzt kann man natürlich auf die nächste komfortable situation warten korrektivmuster um dann eben nochmal fortsetzungen zu bekommen um dann zumindest da nochmal drüber hinaus zu gehen so also der nasdaq gefällt mir sowieso mit am besten warum der nasdaq ist zwar auch nach unten gekommen aber diese bewegung sieht klar korrektiv aus also so doof das vielleicht beim dau aussieht den wir uns gleich angucken der nasdaq der sieht nun wirklich ausgezeichnet aus da kann man jetzt nicht irgendwie schimpfen mit der bewegung nach unten druck nach unten sieht anders aus also nasdaq hat ein sehr starkes bild der s&p war da nicht ganz so deutlich aber doch was er jetzt zeigt bietet eine lockere chance für weiter nach oben das sollen uns die marktteilnehmer hier zeigen wenn sie sagen jawohl dann passt wenn nicht stopp können wir relativ sinnvoll nachziehen hier an der stelle und dann ist man erstmal safe was das angeht man hat also hier dann nicht mehr arg viel zu verlieren wer das verpasst hat weil er gesagt hat ah ich kannte das noch nicht mit schub und wackelig dann wartet ihr halt auf die nächste gelegenheit denn auch nach diesem schub eine wackelige korrektur ihr seht das was ich hier gezeichnet habe ist im prinzip der große bruder von dem was wir hier vorne hatten im kleinen ihr seht das prinzip könnt ihr immer wieder anwenden das geht natürlich auch hier in teil aspekten die wir hier hatten da haben wir aber ganz häufig schon darüber gesprochen will ich jetzt nicht noch mal beitreten also insofern alles safe aber aufpassen nasdaq ist sogar ein bisschen höher schon geklettert als der s&p also voraussetzungen sind nicht so schlecht also drama modus vorläufig erst mal abgewendet so schlimm ist es noch nicht aber es zeigt schon dass die marktteilnehmer eine gewisse nervosität haben aber es zeigt eben auch dass sie noch kein aufgabewillen haben im sinne von wir geben jetzt alles mal ab und verlassen den markt so ich habe den dow jones angesprochen der ist dann doch deutlich stärker jetzt auf der abwärtsseite unterwegs gewesen ausgehend von dem hoch hier das war das nachösterliche das ist hier noch so k freitagsmäßig der goodwill anzeiger hier also in dem fall der dow jones future starke abwärtsbewegung die ist relativ stark das muss man schon sagen und was ich bisher hier sehe beim dow das hat noch den verdacht da müssen wir nicht mit feilspitzen machen im zweifelsfall stören die auch nicht aber hat noch den verdacht dass das halt doch noch korrektiv ist also besser nicht diese zwischentiefs durchstoßen ich mache es noch mal eine nummer größer dann könnt ihr es besser nachvollziehen das ist 15 minuten chart der dow jones future und dieses tief hier war 2. april nachmittags 15 30 dieses tief hier ist heute nachmittag 15 uhr aber idealerweise will man jetzt sicherlich nicht mehr unbedingt sehen dass der kurs da die unterseite jetzt dieses trendkanal oder eben diese 15 uhr zwischen tiefmarke dadurch stößt sollte er sich jetzt nach oben absetzen ist das zwar hier ein bisschen hässlich vom muster gefällt mir nicht so sehr aber was soll ich sagen man kann sich ja auf die anderen beiden konzentrieren nasdaq und s&p für die longseite nur wenn er hier die abwärtsseite noch mal triggert dann wäre die chance natürlich für die abwärtsseite dass sich das noch mal fortsetzt deutlich mehr gegeben zumal wir hier ja doch ganz schön viel schub eben auch nach unten schon aufgebaut haben also restgefahr besteht also ich möchte nicht dass ihr euch in falscher sicherheit wieg kann gar nicht schiefgehen allerdings wenn man die indizes vergleicht 2 zu 1 für tendenziell die bullische seite mit guten chancen das jetzt auch zu bestätigen der dow jones ist da noch nicht ganz so überzeugend vielleicht noch einen hinweis zeichnet ruhig auch nochmal hier fibonacci ein ihr müsst damit rechnen dass korrekturen auch locker bis da hoch gehen also es ist denkbar dass dieses hier vorläufig da noch ein bisschen höher eiert wenn es also weiterhin so korrektiv ist ist da die kuh noch nicht vom eis es besteht noch echt die chance dass hier der bruch nach unten da noch mal erfolgt zu einem späteren zeitpunkt und noch mal eine fortsetzung auch das muss ja nicht gleich drama modus werden auch das kann ja durchaus sein dass wir nur bis hierhin dann kommen aber es würde zumindest das nächste türchen für die nächste etwas größere abwärtsbewegung aufmachen aktuell aber kein thema jetzt kennt ihr die marken an denen die charttechniker zumindest mal diese option sehr wichtig finden solange der markt oberhalb bleibt gibt es erstmal keinen grund hier die short seite über zu bewerten sondern nur im hinterkopf zu behalten das ist ein bisschen wie beim autofahren das anschnallen ich rechne ja auch nicht damit dass ich jedes mal einen unfall mache aber anschnallen vorbereitet sein im zweifelsfall ist gar nicht so schlecht deshalb muss man ja nicht das auto stehen lassen und sagen da mache ich jetzt gar nichts und man muss ja auch nicht gleich bibbern und angst haben aber man sollte wissen an welchen marken oder an welchen situationen das ganze vielleicht dann doch noch gefährlich wird bevor wir jetzt auf den dax gucken ihr hattet ganz dankenswerter und liebenswerterweise schon feedback gegeben zu dem event am samstag ich werde unten in die kommentare den link dazu das ist kostenfrei also völlig ohne verpflichtung und zwang guckt euch das sehr sehr gerne an ich bin nicht der einzige der das spricht das sind andere namhafte größen wenn ihr also sagt ach das tue ich mir an da gucke ich mir mal das an selbst wenn ihr sagt ich bin noch nicht sicher ob ich live mit dabei sein kann es gibt mit sicherheit die möglichkeit das ganze auch noch in aufzeichnung sich anzugucken zumindest mal wenn man sich da gemeldet hat also insofern oder angemeldet hat macht das sehr sehr gerne es kostet nicht aber es gibt eine ganze menge informationen für all diejenigen die da weiterführend noch mal ein paar ideen haben wollen oder brauchen also schaut euch gerne an unten in den kommentaren ist der entsprechende anmelde link drin ich werde das gleich damit einfügen so aber jetzt gucken wir noch mal auf den dax wie sieht der denn aus am nachmittag und der dax ist ein bisschen dau ähnlicher was das ganze angeht also ihr seht das hier dieses verhalten das sieht noch sehr korrektiv aus ja das ist jetzt der dax index wir können auch gleich im future noch mal gucken aber ihr seht das hat noch eigentlich einen ziemlich korrektiven charakter also da bin ich noch nicht so 100% davon überzeugt dass das richtig toll für die bullische seite aussieht aber ich habe jetzt mal das so gezeichnet der trigger wäre die abwärtsseite ja oder jetzt von mir aus auch der trigger wäre die abwärtsseite wenn wir da diese tief punkte hier das wäre jetzt vom dritten april das hier wäre noch in der zukunft heute abend vielleicht morgen dann wahrscheinlich eher irgendwie sowas in der richtung wenn wir die seiten nach unten durchstoßen dann wäre ich durchaus für sowas noch zu haben aber es besteht ja noch die chance dass auch hier der kurs dann durchstartet mit s&p und nasdaq als vorreiter und das dann dow jones und dax dann entsprechend mitmachen also solange wir hier die aufwärtsseite beibehalten und die abwärtsseite da jetzt nicht durchstoßen wird ist das eigentlich eine ganz gute chance dass der bullenmarkt noch lebt aber ich möchte um himmels willen nicht sehen dass wir da auf der abwärtsseite das durchstoßen also um himmels willen das klingt jetzt sehr dramatisch aber dann müsste halt damit rechnen dass das ganze sich noch mal deutlich ausweiten also es ist noch kein drama angesagt gucken auf den dax future noch mal ganz kurz da ist das bild grundsätzlich ähnlich man hat vielleicht den eindruck dass das ein bisschen bullischer ist was hier ist also da muss ich sagen das gefällt mir beim dax future ein klein bisschen besser da sind ja auch noch die zahl die die daten außerhalb der offiziellen handelszeit also ich würde das hier durchaus als impuls das hier als ganz klar korrektive gegen bericht gegenbewegung achtet immer drauf anstieg fünf fällig 1 2 3 4 5 rücksetzer geht klassischerweise korrektiv in diesem bereich 38 50 1 in dem fall sogar pünktlich die 50er marke mit einer pseudo wendekerze pseudo deshalb weil der tail vielleicht eine idee zu kurz ist für eine richtig erstklassige wendekerze die ist da besser ihr seht hier kleiner körper langer teil hier ist der körper im verhältnis zum teil vielleicht ein bisschen zu groß aber sicherlich kein drama dass das hier eine korrekturbewegung ist also sie ist mit überschneidung das hatten wir hier nicht hier hat man eine gegenbewegung und eine gegenbewegung die sind aber überschneidungsfrei die berühren sich nicht also hier 1 2 3 4 5 ist ein gutes zeichen hier korrektiv runter ist ein gutes zeichen vielleicht diese wendekerze vielleicht dieses zwischenhoch als möglichen trigger für die long seite also die chance für aufwärts ist nach wie vor gegeben es sieht gar nicht so schlecht aus im moment würde man sagen der dax hat sich mal tapfer mit erschrocken bislang kannten wir das eigentlich nicht so sehr der jones hat solche bewegungen häufiger mal gemacht der dax hat das ja hier mal aber nicht in der gleichen größenordnung ansonsten sind eigentlich fast alle rücksetzer doch sehr sehr korrektiv moderat eben auch gewesen oder eben sehr klein daneben da war das jetzt schon wirklich auffällig der ersteindruck lässt aber hoffen dass es zumindest noch mal weiter wieder nach oben geht wir werden das weiter im blick halten wenn ihr wollt gucken wir uns das natürlich an dieser stelle im morgigen index update am nachmittag wieder an also wenn ihr lust habt merkt ihr euch das schon mal vor und merkt euch natürlich gerne vor das samstags event ist kein pflichtprogramm wer nicht will wer keine zeit oder lust hat muss das nicht aber wer mehr noch sehen will hören will er in erfahrung bringen will meldet sich dafür an und kriegt eine ganze menge zusätzlicher informationen nochmal also in diesem sinne euch alles gute ganz liebe grüße und bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal